Hallo und willkommen zurück zu Hitman. Ja, war ein Weilchen her mit Hitman. Ich glaube, letztes Jahr haben wir Hitman gespielt, da haben wir, glaube, Sabienze gespielt. Warte mal, gehen wir kurz mal hier auf Dingens. Hier, Sabienze. Da haben wir das gespielt und, glaube ich, hier The Icon. Aber letztes Jahr war noch Hitman sehr spießig zu kaufen, weil man Hitman in drei verschiedenen Sachen kaufen konnte. Man konnte Hitman 1 kaufen, man konnte Hitman 2 kaufen und man konnte Hitman 3 kaufen. Und jetzt gibt es halt ein Bundle oder generell ist das Spiel jetzt auf ein komplettes Spiel bezogen. Es gibt zwar noch eine Deluxe Edition, die dann halt noch so zwei Level beinhalten und zwei Sniper-Level beinhalten und halt noch irgendwelche Deluxe-Missionen. Aber die sind jetzt nicht so großartig wichtig. Ich finde es geil, weil im Angebot, wenn man im Angebot das Spiel kauft, jetzt halt gerade der Summer Sale, ich weiß nicht, ob der gerade noch läuft, aber egal, wenn nicht, ist es auch nicht so schlimm, ist es trotzdem das Game sehr rabattiert. War es überhaupt deutsch? Auf jeden Fall kostet das Game irgendwie so 8 Euro, 7 Euro. Und mit allen Leveln ist es schon geil. Deswegen dachte ich mir so, spielen wir einfach mal alle Level durch. Ich habe zwar privat sehr viel gespielt, man sieht es sogar an dem Level, doch für euch mache ich das doch immer, hier nochmal zu spielen. Ich kann übrigens hier nicht draufklicken und diese Vorführungen zeigen. Deswegen Hut ab, ich schneide sie hier rein. Guten Abend 47. Deine Bestand ist die Paris-Fashionshow von Sanguin, einer der europäischen Kouture-Brande. Deine Bestand sind Sanguinon Viktor Novikov, a former Oligarch-turned-Fashion-Mogel, und seine Partner, Dalia Margolis, a retired Supermodel, an iconic Power Couple on the global fashion scene, und zwei von den meisten gefährdeten in der Welt. Novikov und Margolis sind in fact die Ringleaders von Iago, an enigmatic spyring that deals in die global Elite's most valuable secrets. Unscrupulous und opportunistisch. Iago has caused disastrous security leaks all over the globe. When Crimean separatists caused a deadly meltdown at the Odessa Nuclear Power Plant, Iago gave them access to the plant security network. And when the Delgado drug cartel shot down the plane of President Hernandez and his family, Iago provided the classified flight plans. Now Novikov and Margolis have obtained a knock list of British undercover agents, which they plan to sell at a secret Iago auction during the Sanguin show. So our client, MI6, need us to stop the Ringleaders before the knock list ends up in the wrong hands. The Sanguin show will be swarming with security and Viktor Novikov will be the focus of everyone's attention. But despite his posturing, he is merely the money man. The real target is Dahlia Margolis, beautiful and brilliant. She is a master manipulator and the true brains behind Iago. Two targets, a highly public event. At first glance, an impossible task. Then again, I do know how you love a challenge. I will leave you to prepare. So, ja, worum geht's hier? Wir sind in einer Paradenshow und müssen Viktor Novikov und Alia Margolis ausschalten, weil die haben irgendwie so eine spezielle Organisation, die, glaube ich, Leute ausschaltet und so. Also ein bisschen wie bei uns, aber wir schalten die richtigen Leute aus. Ähm, wir gehen mal mit unseren Smoking rein. Ist natürlich krass, dass ich jetzt hier alles schon so freigeschaltet hab. Egal, wir nehmen die Goat Burrow. Ich nehm mal keinen Dietrich, weil ich will jetzt hier nicht einen auf, ähm, ja, Easy Mode machen. Wir machen es mal ein bisschen einfacher. Nehmen wir Gifte mit. Ne, wir nehmen aber auch Münzen mit. Wir verlassen uns auf die Sandbox und versuchen so viel wie möglich zu finden. Rein da. Willkommen zu Paris, 47. Die Show ist jetzt gerade zu start. Das ist die Red Carpet Event der Saison. Und die Guest List ist ein verritable who's-who von der globalen Fashion Elite. Du findest Viktor Novikov bastert in der Spotlight, während Dalia Margolis hostet die Heavily Guarded Auction auf der zweiten floor, für ein group von Iago's top customers. Now, Event Security will keep a watchful eye on any suspicious activity. But I trust you, your timeless look shall fit right in. Good luck, 47. Was für zeitlosen Look. Äh, ich mach dann noch ne Playlist, wo dann die Folgen auch richtig, ja, sind, weil jetzt spielen wir grad das erste Level, obwohl wir davor das zweite Level gespielt haben. Deswegen werde ich das halt nochmal richtig stellen. Aber egal. Was wird hier gemacht? Nö, ich bin jetzt hier, das ist Fernsehen. Was hast du grad gesagt? Niemand nennt mich so. Ihr könnt die Ballen! Oh, was ist scheiß Party, Alter. Äh, ich muss ihn ausschalten. Ich muss Victor Novikos ausschalten. Oh, scheiße. Okay, so sollte man natürlich nicht das Spiel spielen. Gleich mal nochmal. Ja, das sind wir wieder. Gut. Äh, leichter Cut. Wir haben irgendwas bekommen. Ne, Einladung. Stimmt, die haben wir ja grad gezeigt. Gut, dann gehen wir mal rein. Moin. Hier ist ja so ne Paradenshow in Paris. Oh, schon cool. Danke, danke, danke. Da kommt er. Das ist Victor Novikov. Head of Sanguin and Ringleader of IORGO. There he is. Quite the resume. The owner of Sanguin right there. IORGO, äh, endlich kann ich ihn töten. I'm just trying to carry on Margot. Okay, Cut. Okay, jetzt hab ich mich aber zusammengerissen. Gut, äh, wir verlassen uns mal komplett auf uns selbst. Scheiß mal auf Sorry Mission, scheiß mal auf irgendwas. Wir werden einfach mal irgendwas machen. Enjoy the show? Ja, das mach ich. Gut, ja, ja, Victor Novikov. Schön für ihn. Hier komm mal rein. Gut. Das, das, das seh ich. Wir haben ja auch unsere Hitman-Ansicht. Oh, hier kommt einer. Kommt der jetzt hier rein, weil er mich gesehen hat? What? Oh. Oh nein, der Wein. Jetzt können wir uns als Styler verkleiden. Okay. Mach ich mich mal stylisch. Es gibt ja auch hier irgendwo Kameras bestimmt noch. Lass uns mal ein bisschen suchen. Access, integrate and public. Okay, alles hier auf Französisch. Ah, okay. Haben wir direkt mal kaputt gemacht, die Aufnahmen. Und dann lass mal gucken. Vielleicht können wir jetzt mal als Styler irgendwo rein. Das ist meine Backstage-Bellreich. Kann ich mal hier rauf? Das ist komplett komisch hier. Ja, nee, ich will hier raus. Danke, danke, danke. Mach ich doch gerne. Okay, hier ist der Style-Bereich. Hier werden die Models gemacht. Also ich. Spaß. Mua. Was haben wir hier? Gucken wir das zu aktivieren. Tatsächlich. Münster reinmachen. Napoleon. Jawohl. Okay. Genug davon. Hey, Make-up-Boy. This is not for you. You're not coming through. Da wollte ich auch nicht hin. Okay, ich such mal nach irgendeine spezielle Sache, die uns weiterhilft. Jetzt haben wir hier. Bühnenbahn. Ablaufplan. Der Ablaufplan bestätigt, dass Viktor Novikovs Sebastian Sato nach der Show auf der Bühne vertreten wird, falls der Chefdesigner verhindert ist. Ah, das ist doch hier die Story-Müste. Warte mal. Lichter aus. Schaffen Sie Sato aus dem Weg. Das schaffe ich ja. Ich habe mir getränkt. Könnte sein, dass er es trinkt. Oder ich könnte ihn auch hier irgendwo herlocken. Warte mal. War ich hier in die Ecke? Huch. Wer war denn das? Ja, ja. Mach das mal. Kriegst einen Fisch in die Fresse. Klatsch. Ach, ihr Bitches. Jetzt seid ihr keine Models mehr. Gut, Cut. Gut, mein Plan mit dem Sato hat irgendwie nicht so ganz geklappt und ich habe gar nicht gespeichert. Deswegen müssen wir die Scheiße jetzt hier nochmal machen. Ich suche mir mal eine andere Mission raus. Das hat nicht so ganz geklappt. Man, I wish I had that jaw. Stop, you look fine. I know I look fine, but he's like a, like a Greek god or something, you know? I can't believe he's actually here, you know? Like in the same room as us. Helmut Kruger's been my role model since college. What's so? According to our intel, Helmut Kruger is friendly with Dalia Margolis. I suspect that Iago uses fashion models to infiltrate the lives of the rich and powerful, and Kruger is likely one of their spies. His face paint conveniently obscures his features and the two of you already share a striking resemblance. Aha, ich habe ja erstmal was Interessantes gefunden. Der Helmut Kruger, anscheinend irgendein so ein Model, so ein krasser göttliches Model, da, das ist ein Männermodel, das gefeilte Model Helmut Kruger, ist Teil der heutigen Show. Und sie sehen ihm zum Verwechseln ähnlich. Ja genau, wir können uns verkleiden als Helmut Kruger und wahrscheinlich kriegen wir als Helmut Kruger ein bisschen mehr Freiheiten. Du musst ja erstmal bis dahin bringen. Was bringen sie mehr über Helmut Kruger in Erfahrung? Ich will hier wieder weg, ich will hier weg, viel zu viel Mucke. Okay, jetzt auch noch ein bisschen Mucke. Ja, das ist nicht schlechte Mucke, aber ich will das jetzt gerade nicht hören. Okay, gehen wir mal in den Backstage-Bereich, obwohl ich da nicht darf. Ich habe da anscheinend gerade eine Nachricht bekommen. Oh, ich werde gesehen. Kommt die Alte mit? Ne, die bleibt hier. Ist gut so. Ach, der juckt es sogar gar nicht, dass ich hier rumlaufe. Bist du ja schick. Boah, wie ekehaft hier mit dem Wachmänner. Warte mal, vielleicht kann ich den hier ausschalten, den Wachmann dort. Oh, da kommt noch einer. Das ist vielleicht nicht so geil. Ich will mal den Fisch bereit halten. Okay, vielleicht zuerst den da ausschalten. Bam! Beide einen Fisch auf den Kopf bekommen. Geil. Okay, Helmut. Damit du hier keine Scheiße laberst, ziehen wir uns erstmal um und dann kommst du hier in den schönen See rein. Ne, Quatsch, nicht See. Ähm, Fluss. Sorry. Dahlia, anrufen. Dululululü. Dahlia, Helmut hier. Remind mir wieder. Wo warst du dich zu treffen? Zweite Flur. Voltaire, Süd. Nähe der Auktion. Beide. Wollt ihr mich jetzt nach oben oder... Nein. Nein, es ist essentiell, dass du die Rennstelle wegst. Mach den Job, dann komm mich direkt sehen. Okay, wir müssen uns erstmal schick machen und dann für den Laufsteg. Okay. Alter, sehe ich nicht schlecht aus. Gut, wir sind bereit für den Laufsteg. Gut, ich muss zwar vor hier. Ab. Auf den Laufsteg. Die Mucke ist aber auch echt laut. Muss man ehrlich sagen. Doch jetzt wird gepost, meine Freunde. Es wird gepost. Gut, reicht auch wieder. So, jetzt müssen wir zu der Alten. Währenddessen können wir uns mal kurz die Unge... Oh, ja, wir müssen Rattengiften mitnehmen. Wahrscheinlich können wir die da halt auch töten. Deswegen nehme ich mal so viel Zeug mit. Läuf ich durch? Oh, immer. Ich brauche neue Bodyguards. Bitte kommt mal alle mit. Oh, Miss Helmut. Mr. Kruger. Let me know, if you need new Bodyguards. Das hast du schon mal gesagt. Access to the auction and a private audience with Dahlia Margolis. Töbliches Giftes hier. Ja. Gut, kann ich dich jetzt hier irgendwie töten? Ah ja, ich kann sie ein bisschen vergiften. Jaja, du hast Trouble. Du hast ja jeden Tag Trouble. Kannst du kurz weggucken? Dankeschön. Chip. Ähm, ihr Getränk... Ist schick. Können sie mal ein bisschen was vor Wufen trinken? Ja, sie geht schon richtig hin. Ja, kurz mal ein bisschen Schlückchen vom Gift. Jaja, lecker, lecker, lecker. Oh, doch nicht fallen lassen. Oh, ich muss ran. Oh, die ist richtig am Arsch. Ich begleite dich mal. Oh, ne? Kann ich irgendwie den Spiegel hier wegballern? Egal. Ertrinken! Nein, die ist super. Mh, mecker. Oh. 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 Das könnte ich mir echt egal vorstellen. So. Genug getrunken. Gut gemacht, 47. Viktor Novikov ist nächstes. Geil. Beim Kotzen ertrunken. Gut, jetzt will ich nochmal diese mit dem Sator machen. Diese Story-Mission. Hier, Lichter aus. Schaffen Sie Sator aus dem Weg. Okay. Dann sehen wir uns mal unten. Oh, schicke Bäder. Holst du die dann runter, oder was? Warte, 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 warte. Der ist gerade in der perfekten Ecke. Ja, lauf da mal weiter. Okay. So, Brechstange haben wir einmal hier. Untersuchen Sie die Lichtanlage da oben etwa. Äh. Gut. Ach, guck mal, hier kann ich auch rauf. Dann sehen wir uns oben wieder. Okay, jetzt können wir hier rauf. Auf die. Lichtanlage. Oh nein, ich weiß, was wir vorhaben. Wir werden das Ding zum. Einkrachen bringen. Und dann. Fliegt er schön auf seinen Kopf. Warte, bis Viktor Novikov auf die Bühne ist. Warte mal, der da vorne. Der stört mich. Oh, scheiße. Jetzt hab ich ihn. Scheiße, der hab ich gesehen. All right. Ich muss ganz kurz weg. Okay. Okay, Leute, jetzt wird mir ein Lamser echt zu böde. Ich werde mir mal eine neue Mission raussuchen, weil ich warte hier schon irgendwie seit 10 Minuten, bis endlich mal dieser Kack Novikov sich auf den Weg macht. Aber das tut er nicht. Deswegen werde ich mich kurz als Leibewache verkleiden. Und wir suchen uns mal was anderes raus. Das klingt doch hier cool. Ein geheimes Treffen. Novikov und Dekker scheinen Geschäfte miteinander zu machen. Geheimes Geschäft. Novikov trifft sich mit Max Dekker, einem leitenden Agenten des russischen FSB. Wie klein die Welt doch ist. Okay. Das wär doch genau unsere Chance. Treffen sie sich mit Dekker. Okay. Ab nach unten wieder, Leute. Es geht ja ratzfatz oben nach unten. Bis gleich. Okay, ich hab jetzt diesen Max Dekker hier mir geschnappt und der folgt mir jetzt, weil die hier beim Pavillon ein Treffen haben. Okay, kommt mal ein bisschen näher. Kommt mal ein bisschen näher. Ja, ja. Noch näher. Na los, Max. Ach, jetzt geht er auf seine Scheiß-Tribüne. Willst du mich eigentlich verarschen? Ich warte da eine halbe Stunde und er ist jetzt geht auf die Scheiß-Tribüne. Und mein Kopf geht irgendwie halb kaputt. Ach, scheiß drauf. Jetzt komm, Max. Gott, oh Gott. Das kannst du dir echt nicht vorstellen. Okay. Ruf mal den Novikov mal an. Er ist ja noch ein bisschen am Modeln. Ich sag, okay, Alter. Okay, wir warten mal, bis der Novikov kommt. Gut, da haben wir den Novikov. Da muss ich auch schon wieder lange warten. Ich hab einen Plan. Hier sind ja diese geilen Lampen. Und da können wir die mal anschießen. Und dann sind die weg. Ja, ihr redet da mal ein bisschen. Ich schläge mich mal hier hinter. Okay. Drei, zwei, eins. Boah, Alter, das war laut. Okay. Schnell weg hier. Hier ist gleich ein Helikopter. Also schnell weg. Oh, fuck. Macht euch ab hier. Oh, scheiße. Weg, 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 weg. Jetzt aber hintermachen mit dem Helikopter. Gut, leider nur ein Stern, aber es war mir eigentlich auch egal. Und ihr seht nochmal die Cutscene. Der F.S.B. Der F.S.B. Der F.S.B. Der F.S.B. Ihr turn. Sehr gut. Die secrets des Globalen Elite. Fünf Jahre von Arbeit. Alles, was wir collected. Das macht Wikileaks wie ein Gossip Rack. Der F.S.B. Der F.S.B. Das macht die Sie, hey? Ich habe 찾t, dass die Worte der F.S.B. der F.S.B. der F.S.B. der F.S.B. der F.S.B. Der F.S.B. Smile, Victor. Ihr reputation ist safe. Now run along. I'm sure you have pretty dresses to attend to. Victor Good luck with the show. I have a feeling it's going to be the one you will be remembered for. Gut Leute, dann mach ich das hier mit Hitman, eigentlich nur Hitman, Hitman 3 ist es ja nicht. Ich hoffe, es hat es gefallen. Wir sehen uns dann beim nächsten Mal wieder, nicht hier bei Sabenza, sondern Marrakesh, aber alles in der nächsten Folge. Haut rein. Ciao, ciao.